Was ist jetzt mit Fabian? Seid ihr zusammen? Ihr wisst ja, ich habe einen Crush. Mit Fabian gibt es da eine Sache, die ich euch nicht erzählt habe. Und zwar haben wir uns vor einem Jahr, da war auch das letzte Video, ziemlich auseinander gestritten. Es ist ein bisschen ungut gewesen. Er hat was gemacht, das ich sehr uncool fand. Das hat mit einer Freundin zu tun. Ah, ich verstehe, wo ist eigentlich der Ring, den ich dir geschenkt habe? Ah, sorry, habe ich vergessen.